Sofort wieder Abbau Jo, ich kann das jetzt alleine machen Was mach ich jetzt auch alleine? Guck mal wie ich jetzt abgehe Wo ist denn der? Ich bin wohl, ich bin doof, achte und? Na komm, dann mach ich jetzt alleine Ja, das kannst du machen, da helf ich dir nicht Alter! Ach, wir sind hier sogar geschützt! Ja Wie gesagt, das lass ich jetzt komplett alleine machen, da mische ich mich nicht mit ein, da hab ich jetzt keine Lust drauf Na guck mal wie schade ich mach! Ja, ist doch schön Mama, jaaaa! Alter, pass auf, die NPCs auf Alter! Guck dir das an, was da abgeht Acht, solang sie hinter ihm her sind, ist mir das so egal Achst du scheiße Boah, guck mal, was für einen Schaden ich dir mach, Mama Äh Alex, du bist die? Idiot! Slowere, meine Wanderdrecke оть Mh, kein Problem. Ich würde gerne. Du bist so ein Noob. Guck mal, wie viel Schaden ich den mache! Ja, jetzt kämpfen wir gegen uns, weil du so ein Noob bist, ey. Ich mein's ernst. Nur weil du so schlecht bist. Ich geh jetzt weg, ich hab jetzt keine Lust. Ja, jetzt geh ich ab! Alex, du bist ein Idiot. Du denn! Ja, die Dinger uns jetzt zuflamen. Das war gut. Wieder bekommt, was er verdient hat. Ich bin nicht in der Lage zu bauen, deswegen muss ich jetzt rummachen hier durch Spaß. Nein! Ja, jetzt kommt er nochmal zu euch, da ist alles füt. Boah, jetzt kommen die direkt zu 5, ey. Du bist doch so kleines Wichs-Kind, ey. Ich kick dich gleich wieder vom Server. Ey, komm, wir brauchen die zur Seite. Ja, aber nicht, wenn ich gerade mit Baum beschäftigt bin, ey. Nein. Ich hab jetzt keinen Bock da drauf, ich unterbreche jetzt die Aufnahme, bitte. Tschüss. Einen riesigen Wurm später haben wir jetzt hier, äh, uns entschlossen, weiter... Uuuh! Warte mal, lass mich erst, bevor du das machst, hier kurz meine Redstone, äh, meine Wire-Sachen abbauen. So. Einen riesigen Wurm später haben wir jetzt hier, äh, uns entschieden, sich weiterzubauen, ab sofort. Äh, rechts auf oder rechts rechts lassen? Ähm... Gibt mir mal... Das können wir so lassen. Rechts können wir so lassen. Also ich sag so. Ich überleg aber, du könntest anstatt hier diese braunen, äh, Treasure Plates, ne graue machen, wegen dem Stein. Schon unterwegs. Ist das halt anders aussieht. Äh... Halt mir mal die Dings vom Leib. Halt mir die Dings vom Leib. Halt mir die Dings vom Leib. Das Problem ist, ich hab gerade keine NPC, ich hab gerade hier keinen NPC, bei dem ich Sachen kaufen könnte. Naja, stimmt. Weiß ja nicht, äh, woher das nur kommen kann. Ja, gib mir mir hier mal jemand Zeug zum Bauen. Moment. Ich muss mal kurz. Und ich auch mithelfen kann. Nicht die ganze Zeit. Ah, 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 ah. Waffenhändler, hier Waffenhändler, ich muss dir mal was geben, und zwar zum Beispiel... Was gebe ich ihm denn? Was gebe ich ihm denn? Ich gebe ihm zum Beispiel, schau mal, was hab ich denn eben diese... Shackle hab ich gefunden, das will ich zum Beispiel nicht. Wir brauchen noch Steine. Warte mal, falls jemand Steinfarm geht, ne? Ja, ich will jetzt keinen Steinfarm. Ich bin vorhin schon Steinfarm gewesen und ich hab trotz nicht schon wieder losgekommen. Nein, dann mach ich's. Wow, wieso hab ich 59 Gold einstecken? Nice. Hier ist Stein. Alter, dieses Slimes ist ja so schwach. Schwarz oder schwarz? Kania, schon wieder. Wohl, haben wir noch Adamantit? Wohl, dann hätte ich jetzt einen Adamantit-Boa gerne. Dann geht hier alles viel schneller. Nein, so viel schneller als mit Mitril auch nicht. Doch, oder? Naja, bisschen vielleicht. Naja, bisschen vielleicht. Aber so viel Mythril, äh, so viel Mythril, so viel Adamantit haben wir gar nicht leider. Sechs Stück. Wir brauchen locker 10, 15 dafür, ne? Wow. Äh, brauch ich mal Erde oder... ...Copper Bricks oder sowas, irgendwie so. Dann würde ich euch das gerade hier vorbeibringen. Boah, Alter. Was? Tod, ey. Ja, ich kann mir hier... Hey, du hast doch Flügel. Kannst du gar keinen Fallschaden kriegen. Ja, natürlich kann ich keinen Fallschaden kriegen. Wenn man nicht rechtzeitig Leertaste drückt. Nein, überhaupt nicht. Du kannst keinen Fallschaden kriegen. Du musst, du musst keinen Leertaste mehr drücken. Guck mal. Komm mal her. Komm mal hier hoch. Wie, ich kann mich jetzt einfach fahren lassen ohne Wasser drücken. Aus... 100 Kilometer Entfernung oder... Komm erst mal her hier. Komm erst mal her. Zu mir. Ich flieg ja schon. Okay, passt. Jo, und jetzt komm mal hier her. Komm mal mit hier hoch. Einfach hoch. So, warte. Und jetzt hier einfach ganz hoch. Torototor. Musst du ihn mal lassen? Naja, mein wegen. Loh, du hast recht. Ja, du hast recht. Irgendwie kein Fallschaden mehr. Krass was sind. Ja, gib mir hier mal mal zweck nur Bauen und so, damit ich nichts mehr wissen haben kann. Und ich immer das zu machen. Ja, was willst du nur haben. Holz. Holz. Erde. Goldbricks. Was hättest du gerne? Vernahmung. Greybricks. Woodplattform. Copperbricks. Sand. Asche. Ja, ist gut. Ist gut! Irgendwas hättest du bestimmt gerne. Ja, ich hab nichts mehr. Tastvoll. Hä, was ist das hier? Das ist die Mitte. Ja, ja, aber müssen wir die Räume in der Mitte teilen? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Stimmt. Scheiß Idee. Das sind doch Grape. Also ich würde hier gerne so, was ich gerne machen würde, wäre so eine, so eine richtig große Treppe, die in der Mitte zu unseren beiden Thronen hinführt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Mitte ist. Moment. Da wo du grad stehst. Ja. 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 Ja, wo du stehst. Bin ne Weltraum, Mama. Das war die Mitte. Mir ist schon fast wieder Nacht, dauert es Nacht. Der Weltraum, unendliche Weiten. Ja, lass mal nochmal Destroyer beschwören, nein, Spaß. Ja, mit deinem Adamantit-Schwert. Wie viel Schaden macht das? Ähm, 46. Lol, Opferschwert. Das hier echt, das hier ist, das... Das schießt Sterne, ne? Das schießt Sterne, ne? Warte mal, warte mal, wie kann ich dir die geben? Ja, ich hab nur noch einen. Ist schon Nacht? Nee. Dann müsstest du mal ganz schnell zurückkommen. Nein! Bist du verrückt? Was denn? Ich würde da springen, so was du mir gibst. Na eben, deswegen will ich ja das nicht... Das ist ja eh die stärkste Waffe eh als 8680. Deswegen will ich sie in die Kiste tun. Da kommen wir mit runter. Warte Sekunde. Äh, wo hab ich's hier? Äh, die ganz linke Truhe. Yeah, vier Sterne. Wow, alter, what the fuck. Drogen! Drogen! Nimmst der Drogen! 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 Jetzt weiß ich auch warum der immer so lange braucht. Schiss. Drogen! Äh, kennt ihr, ähm... Drogen! Na? Jetzt hab ich's vergessen. Äh, Lord of the Weed. Ja klar. Da ging's ja nicht auch drum, äh... Gib mir den Ring und da und da geht's noch einen Ring, der macht dich noch zehnmal higher oder sowas. Mh... Deswegen braucht er auch immer so lang, weil Drogem Drogen nimmt. Mh... Mh... Das war witzig. Ahahahahaha... Ahaha, ja. So ein bisschen. Ich fand mich jetzt witzig, aber okay. Halt nicht. Warum fliech jetzt eigentlich noch ganz links, wenn ich geklappt? So. Warum liegt da jetzt ein roter Hut? Alter, was? So. Kuckuck. Ja, wenn unserer, äh... Du musst mal gucken, wie du die, äh, Druckplatte da machst. Ja, ich... Ich kann die nicht herstellen. Ich kann die nur kaufen. Und kaufen tun sie. Ja, ich hab eine. Die, äh... Eine braune aber nur. Na eben, aber ich will ja... Na, komm! Komm! Ich brauch ja hier so einen... Lol, ähm... Ich brauch ja wie viel Schaden die macht. 70 oder was war das, ne? Boah. Schieß mal hier gegen den... Gegen den hier. Gegen den, äh, Slime. Ah, so. 83 magischen Schaden, ja. Schieß mal gegen den Slime. Warte mal, wo bist du? Ach, da unten. Hier, töte ihn nicht, töte ihn nicht. Da soll ich den Slime töten. Ich hab jetzt auch keine Fackeln mehr einsteckt. Warte mal. Den da. 85. Und wie viel mach ich mit meinem Schwert? Moment, guck mal mal. Hase. 53. Und was kriegt der Zombie? Moment, lass mal kurz. Lass mal. Ja. 52. Also 30 Schaden mehr. Das ist hier echt ein Abstand hier. Die stärkste. Mit was schießt du da jetzt? Sternen, ne? Das ist Regenbogenrote. Ach so, ja. Stimmt. Guck mal, hier. Hat er... Hast du... Hast du denn dein Item da eigentlich schon hergestellt mit dem automatischen Mana Tränken nehmen? 144. Äh, was ich... Das steht, da steht, äh, äh, equipable. 6% you do this Mana using. Ja, warte, das muss ich grad mal aus... Gib mir, gib mir das mal her, gib mir das mal her. Gib mir das Item mal. Gib mir mal die Blume wieder. Ganz kurz. Ja lol, übertreibs mal nicht. Gib mir mal kurz die Blume. Danke. Und ich bräuchte bitte einen von deinen 200 Mana trinken. Ach so, klar, gerne. Vielen Dank. Passt schon. Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Warum macht ihr jetzt nur noch 80 Schaden? Ach so, so weiter, weil ich... Weil du die Blume hast. Ja, mach mal. Ja. Ne, ich muss jetzt mal gucken, wo, ne? Ach, Hund. Moment, da muss ich jetzt nochmal fragen. Guide, sag mir nochmal hier, äh, von wegen. Hase! 70. Oh, ne, ich bräuchte eine normale Mana Potion, so eine 100er. Die große bringt mir nichts. Echt jetzt? Ja, die große bringt mir nichts. Gib mal her. Hier, hier ist deine große 200er, bitte. Sekunde, 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 de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ach so, nur als 96 crit. Aber eine 100er braucht. Was? 100er, ja. Ja, dann muss man sich, glaub ich, hier kaufen oder... Muss man die sich machen, ich weiß nicht. Ja, Hersteller kann her. Mit denen muss man sie sich machen. Ja, wie macht man die? Ich beschütze sich gegen die... Ja, Sekunde, ich... In der Aufnahme. In der Aufnahme, bitte nicht stören. Do not stop. Was sind denn hier die Wasserflaschen? Mal. Merci Was brauchst du noch? Brauchst du Pilze? Ja lass mal, lass mich, ja wahrscheinlich irgendeine Pilze und Sterne brauche ich Die hab ich dir gerade gegeben Das ist gut Nein, ach man, wo ist denn jetzt hier der Crafting-Freak? Der ist da jetzt Boah, du wachst bei mir voll rum Ja, ich lande auch gerade noch was hoch, tut mir leid Alter, wie viel man sich machen kann Hier, wie lange hättest du denn hoch? Ach hier, wie macht man sich? Dieses heilige Wasser Ja, das ist gleich fertig, das ist auf 80% Ja, wie macht man das heilige Wasser? Wie macht man das heilige Wasser? Mit, äh, hello, these Aha Und Pixi-Lust Gelbe Party Ach, was, ich zieh's 100er Tränke, warte, mach kurz Die, hä? Hä? Hm Äh, ich glaube, du musst mir eine leere Flasche geben Nein Ja, Fisch wohl, was ist das denn? Ich bin auf, auf dem Kopf sitzen Ach ne, da kann man glaube ich unter Wasser atmen Richtig Lesser Healing Potion Stimmt Lehrer, scheinbar Muss ich jetzt aber nochmal den Guide fragen, wie man das macht Ich glaube, dafür bräuchte man die Weil-Mushrooms, ne? Aber auf jeden Fall, warte mal, Sterne braucht man dafür Ich hab Sterne, warte Einen Stern, einen Stern brauch ich von dir Wirf einfach rüber Warte Okay, ist jetzt irgendwie über, mir klaut's nicht Ja, ich brauch jetzt noch hier einen von den Glowing Mushrooms Ich kann nur Leather-Leather-Mana-Potions machen Naja, eben, und aus zwei Leather-Leather-Leather-Mana-Potions machst du dann aber halt, ähm Mit einem Glowing Mushroom Die 100er Die 100er Hoff ich mal Ja, Glowing, das wüsst du irgendwo noch Jo Und jetzt mach ich hier nämlich Nein, ich will keine Restoration Potion Ich will dir dieses Item geben Bitteschön, viel Spaß damit Nimm's halt auch auf Was, 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 was war das denn? Tja, das guckst du dir jetzt mal vielleicht besser selber an Geil, oh man Also 8% weniger Mana-Verbrauch Und du kriegst, ich will den nicht Kann jetzt ein bisschen dauern Ja, ja Du weißt schon, dass du jetzt dauernd irgendwelche Mana-Drecke schluckst, ne? Ey, geil Das funktioniert wirklich Das ist geil Ich geb dir keine China-Mana Ey, wie hast du das jetzt gemacht? Du hast es ja sozusagen zusammen gemacht, oder? Ja, die Blumen und ein 100er Acht Mana-Trank Acht, so